Soll ich auch zoomen oder lieber nicht? Ich zoome mal lieber nicht. Warum fährst du so dicht am Ufer? Weil ich den Kurve schon mal ausholen lässt. Wende höher, fahr höher. Funk-Akku braucht mich Gas, geht auch nicht das in der Kurve? Ich habe mich noch nicht getraut. Bleib vom Ufer weg, Mensch. Jetzt rum, jetzt schon rum. Hier vorne ist es zu eng. Jetzt lenken wir ihn noch. Das ist die Fühne, das ist die Fühne. Das passt nicht. Das passt nicht. Das ist die Fühne. Da stimmt was. Das ist geil. Sagen wir mal gucken. Ich gucke nicht an, was uns da hätte. Na, Markus, feucht dich nicht. Das ist zu wenig. Der schiebt ja total über die Kufe vorne rüber. Der muss sich ja wenig so ein bisschen einhaken vorne. Das ist so original angegeben. Test-Drive, die zweite, mit angewinkelter Finne. Starten Sie jetzt. Lenk doch einfach mal. Lenk mal. Das ist voller Lenk einfach. Ach, hör doch auf. Das ist ja noch schlimmer als vorher. Das ist doch überhaupt irgendwas zu tun. Das Franchierung ist nicht verbunden, Christian. Oder bist du einfach zu langsam? Ja, wollte ich gerade sagen. Auch da hinten mal mit mehr Dampf. Ich traue mich nicht. Da hat gerade ein Auto da was. Ich traue mich nicht. Wolk? Du siehst doch mal so schön, hier kommt es auf dem Fahrrad an. Ein Zepty kann jeder voll��ßend fahren. doch mach mal ausrollen lassen habe ich drauf was ist jetzt mit der finne völlig scheiße oder hat eine falsche position das stimmt nicht mit dem absäufer machen was hast du da jetzt für einen pop drauf 40 40 was für ein motor 40 82 1600 kv ja doch auch den holen Waaah! Was klappert denn da jetzt so? Und hier folgt der Teillastfahrer. Regler glückt schon. Aber mehr passiert nicht eigentlich mit dem Link. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020